Die M-Performance-Zubehörprodukte sind wirklich Adrenalin für den Strausenverkehr. Wir haben hier alle Ausstellungsfahrzeuge vom 1er, 3er, 5er und den X6 mit dabei. Alle ausgestattet mit BMW M-Performance-Zubehör. Der Stand kommt fantastisch an, nach 20 Jahren wieder zurück in der DTM. Unseren geschulten Produktberatern können wir natürlich auch alle Fragen beantworten. Das Alcantara-Lenkrad, ganz klar, nicht umsonst haben wir das auch im Rennauto drin. Da habe ich wirklich den Grip am Lenkrad, da spüre ich wirklich, jede kleine Bewegung des Lenkrads wird mir übermittelt als Fahrer. Und wenn ich das natürlich beim normalen Straßenauto vom BMW nachrüsten kann, dann bringe ich praktisch den Motorsport in mein privates Auto. Wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Wir ziehen dann los. Es gibt eine Gewinnerin. Das darf ich mir überreichen. Man sieht es vielleicht, dass man das Grinsen wahrscheinlich heute nicht mehr aus meinem Gesicht wegbekommt. Und ich freue mich riesig darauf. Mal schauen, wie es nachher ist, was der Magen so sagt und was die Jungs so können. Ich liebe Motorsport auf Zwei- und auch Vierrädern und das muss immer ein bisschen sportlich sein. Und bei dem BMW habe ich das M-Paket im Prinzip mit drin und habe mir zusätzlich noch die Performance 18-Zoll-Felgen gegönnt und die Carbon-Außenspiegel. Also ich fahre einen M3 als Dienstauto und ich habe schon gehört, dass es einen Sportschalldämpfer gibt für den M3 von den M-Performance-Zubieberprodukten. Und den werde ich mir wahrscheinlich holen, weil das ist wirklich Sound. Da bringt man so ein bisschen das DTM-Feeling auch auf die normale Straße. Die M-Performance-Produkte kann ich bei jedem BMW-Händler kaufen und auch einbauen lassen. Das Beste ist, es beeinträchtigt nicht die Garantie und es gibt es für die meisten BMW-Modelle und natürlich auch für die BMW M-Modelle. Das Beste ist, es beeinträchtigt nicht die 500-Zoll-Felgen.